Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cillia. Im letzten Part sind wir hier in den königlichen Jagdgründen angekommen, haben uns ein bisschen mal umgeguckt, ein bisschen gekämpft, viele Schätze gefunden und jetzt wird erstmal, bevor wir die Story weitermachen, die eine Sidecrest noch erledigt, bevor es an den Speichelpunkt geht. Die sind nämlich gleich da hinten. Das seid ihr doch, oder? Oh, oh, Glitzer. Ja, das seid ihr. Ihr Diebel, das werden wir dir nicht verzeihen. Was, wie soll dies nicht funktionieren sofort? Haben tun. Gute Frage. Ich hab keine Ahnung. No, 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 aber ist der Rest schon down? Tatsache. Whatever. Ereignis ist da, hat sich aktualisiert. Ja, das hat sie. Sich. Sagen, können wir doch mal von oben gucken, was jetzt genau das Problem ist, dass Pflanzen eine Wasserschwecher haben. Mein Gott, taten ihr euch gut. Pflanzen gießt, Mann. Ausgerechnet. Jetzt hab ich die Krabbe im WD, ne? Die ist richtig. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ach, das ist immer die Elementarerinnerung, oder wie darf ich das verstehen? Alter, wenn ich wieder so schnell einmal hier durch zwei Level abs... oder eher gesagt... Ja, okay, ein. Dann stimmt irgendwas nicht. So. Oh, ich bin blind. Da kann man doch direkt hochgehen, ne? Ja. Dann tun wir das doch mal. Hm, wie auch immer ich das immer übersehe. Aber was soll's, solange man am Ende noch raufkommt. Hallo du, Rowan braucht auch noch ein Level ab. Bevor ich da irgendwie weitergehe, will ich, dass Rowan noch ein Level abkommt. Was für ein Objekt wurde belötzt? Ach, was, egal. Aua. So, Miller und Leia müssen jetzt noch länger im Kampf sein. Theoretisch müsste ich dann diesen Einschaden aktivieren. Und dann, äh, ist die Zeit auch bald schon um, weil, mir wurde gesagt... Oh, wir müssen eine halbe Stunde verbunden sein, insgesamt im Kampf. Wobei mir hier die Zeit so zusammenzählt. Dann dauert es noch ein bisschen, bis Leia und Miller was bekommen. Aber jeden Kampf auf einen Schaden zu reduzieren, das erhöht die Zeit natürlich schon, aber... Das, was ich nicht, ähm, so schaffe, ne, im LP, das wird natürlich offscreen gemacht. Und zwar vorm Ende. Ich werde mir nämlich, glaube ich, sagen lassen vorm Ende, ähm... Äh, oder eher gesagt, woran ich erkenne, dass, äh, dass das letzte Mal sein wird zum Speichern. Dann werde ich nämlich erstmal jede, äh, jeden Titel, den ich noch bekomme, irgendwie holen. Die einfachsten, die mit wenig auf, weniger Aufwand. Und, ja... Äh, falls ich dann mal irgendwann nämlich streame, vielleicht streame ich diese Titel auch, aber, äh... Ja, wegen Millers Zeit streame ich dann, anstatt, äh, es am LP anzufügen. Und, ja... Wer weiß, vielleicht kriege ich halt sogar Aufnahmen hin damit. Und dass ich das dann so cutten kann. Wenn Millers Zeit denn da so ist, dass ich die Szenen dann halt in einem LP-Part dann noch hinzufüge. Wer weiß, oder ob es dann halt nur für mich ist. Ja, ist eine gute Frage. Die meisten kennen das ja eh schon, die das schauen bei mir. Okay. Da ist noch ein Gegner. Dann rennen wir noch rein und dann ist Rowan offentlich Level Up. Dann ist er Level Up. Sure, Digga. Hört auf zu blocken. Das wäre nice. Meine Güte. Was? Schon wieder ready? Nice. Und tot. Gut, du brauchst hier noch ein Level Up. Das heißt, ich darf jetzt erstmal Gegner suchen. Hi. Ach, ich kann den in vorm Kampf auch skippen? Das ist nice. Wusste ich gar nicht. Aber wie schön, dass ich das jetzt weiß. Bleib stehen, du Kaffee. Eigentlich bin ich nicht ausgerechnet. Da bin ich nicht ausgerechnet. Das ist aber auch irgendwie klar. Oh Gott. Das sieht manchmal aus mit den Luftangriffen, aber okay. Röckendeckung, aufwärmen, was? Aufwärmen. Das klingt für mich grad neu. Das Aufwärmen. Okay, der nächste Gegner ist da hinten. Hätte ich dich mal von Anfang an mitnehmen sollen. Ja, du. Hast schon richtig geblubbt. Ja, Aufzug blocken, das wäre echt nicht. Oh mein Gott. Don't. Oh, Alter, wie lange? Ich wollte doch sagen, wie lange blockst du bitte noch? Das ist way too much long. Die blockst noch nicht mal und blockst eigentlich trotzdem. Das ist unlogisch. Danke, tschüss. Wie ist das für einen alten Mann? Ja, geht doch. Hast du auch noch den Lerwerb bekommen. Gut, wehe, ein Gegner steht jetzt da am Ende. Nein, tut er nicht. Und dann mal gucken. Objektladen? Objektladen? Müsste der Objektladen sein, oder? Hallo, Objektladen. Ja, wir erweitern trotzdem mal. Ja, okay, nicht ganz unterschiedliche Sachen, aber okay. Objektladen. Machen wir immer nur ein Level ab, weil Objektladen ist eigentlich, glaube ich, das, was am meisten ist. Und wie am meisten das ist. Okay. Rüstungsladen. Du bekommst erst mal die meisten. So. Drei Level Ups. Joa. Du. Ui. Du bist eigentlich schon relativ weit. In Rüstung hänke ich echt nach. Ich glaube, die behalte ich lieber die Elf. Okay. Jitter. Okay. Whatever. So. Hiervon haben wir genug. Fell. So. Auf Level 34. Giftbahn, Siegelbahn, Geisterbahn. Viel Angebote. Nice. Lebenswirtel. Ihr wollt Fische, ihr kriegt Fische. Wenn nicht, davon welche hätte. Hier, ein Level ab ist drin. Takoyakirame. Nice. Hey, ich will auch Takoyakirame. Kaufen. Auf Level 9. Orangegummi, Ananasgummi. Okay. Die Kosten, so geht wie gar nichts. Können wir 6 nehmen. Kosten auch so gut wie gar nichts. Kaufen wir mal alles nach. Das kostet schon eher mehr, aber scheiß drauf. Wobei 6.000 wieder zu viel ist. Ach, lassen wir. Mischgummi, blablabla, 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 blablabla. Finster tronk. Egal, nehmen wir das. So. Waffenladen. Jitte. Jitte. Ist noch nicht im Angebot, also nein. Das heißt, hierfür brauchen wir gerade gar nichts. Jau. Insektenschlund. Rüstungsladen. Da gibt es doch jetzt was Neues. Der Überschutz. Nicht im Angebot, leider. Wassergewand auch nicht. Den Helm gibt es aber. Vielleicht zweimal. Schildkrötenkrönchen. Ach, wie süß. Sogar auch im Angebot. Jo, den Silberschutz ist im Angebot. Okay. Habe ich eben ein Level abbekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann aber nur eine kaufen. Mein Gott, ich brauche Money. Mensch, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Ich muss irgendwann mal farm gehen. Was gleichzeitig wieder mit dem Leveln hochzustellen ist, aber okay. Oh Gott, dich haben wir auch noch nicht. Seriously. Das zieht sich ja echt hin. Dann kann man wie hier weiter. Ein paar FP. Und da da. Rollen. Da kommt jetzt auch mal ein bisschen Stärke dazu. Bis da schließt sich ein Mann. Und natürlich fehlt ein Punkt. Eine. So. Layer. Wo wollten wir lang? Hier wollten wir lang. KP. Immer gut. Reicht das, der eine? Ja. Mein Gott. Cool. Blüthende Sprünge. Klingt schon mal nice. Das braucht man eigentlich. Tuh. Gott. Dein Geschick erstmal hochposten. Das braucht man eigentlich. Warum habe ich die Verbindung bei Jit gemacht? Das brauchte ich nicht. Doof oder so. Warum habe ich diese Verbindung hier gelegt? Was ist das hier überhaupt? Egal, 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 egal. Was ist das hier überhaupt? Intelligenz um 5% erhöht. Und Flitzen bekomme ich auch noch dazu. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, wenn ich die beiden hier irgendwann nochmal mache. Wenn ich dran denke. So. Gehen wir mal Beweglichkeit noch hoch. Und gehen dann so rum. Genug Geschick gesteigert. Gut, einmal speichern, was ich im letzten Part auch nicht getan habe. Proud of me. Und dann mal gucken, ob uns eine Szene erwartet im nächsten Screen. Die Quest können wir ja jederzeit abgeben. Denke ich mal. Nicht, dass das irgendwie fehlt. Weg geht. Brücken. Das Ort sieht anders aus dem Rest der Hüttergründen. Ja, aber auch nur zwei genau da nacheinander und davor überhaupt keine. Let's look around, but be careful. Und so wie es scheint, wollen sie nur Tipo. Oh Gott. Okay, wo auch immer es runter geht. Ich gehe zuerst hier lang. Schon wieder? Nee, danke. Hallo, Baum. Ja, warte mal, du bist kein Baum. Nidenpflanze. Was habt ihr für eine Schwäche? Feuer und Wind. Ich hab leider meinen Winddingsbums nicht mehr. So, aber... Irgendwann gibt mir... ...Layer sicherlich das richtige Element. Irgendwann. Nur nicht jetzt. Doch! Cool. Lass... Oh, nee, das war super. Keine Ahnung. Lass leer in Ruhe. So. Da. Ja. Haben wir. Ja, du bemerkst mich echt früh, Scheißwache. Da du so dumm bist, muss ich noch in dich rennen. Oh, und ein Baum. Ich mag den Rising Falcon irgendwie. Du bist ja auch schon. Du bist ja auch schon. Impressive. Aua. Sprich ich direkt in dein Feuer. Macht mir nichts aus. Ich bin Jude. Ich bin Doktor. Okay, jetzt ist meine Frage, äh... Man hat ja gesehen im letzten Part bei Art, äh, Verwendung, drei Stern und so. Ab wie viele Stern kriegt man den Titel für eine Art? Weil ich glaube, für jede Art gibt es irgendeinen Titel, oder? Ach, who knows. Ehe unwichtig. So. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich hier reingehe? Komme ich da unten hin? Denn hier gibt es sehr viele Eingänge irgendwie. Ach, okay, wenn es nur sowas ist. Tofu-Misuppe-Suppe, klein. Und ansonsten nichts. Okay, dann ist es klar, wo es runter geht. Nämlich hier nicht. Uiuiuiui, und da unten müssen wir rein, okay. Denke ich mal. Mysteriöse Perlen. Okay. Nur ein Raum, und da hinten ist dann ein Schatz. Hi. Was hast du gesagt? Ich hab den nicht verstanden. Oder einfach nur Exodus. Ich hab keine Ahnung. Ich... Mache mir darüber auch mal keine Sorgen. Weißing Falcon. Oh, das Weiß geht da sogar noch. Aua. Was für eine Schwäche habt ihr eigentlich? Oh ja, wie schön, dass ich sowas nicht habe. Ich wurde geheilt. Immer das. Wurde ich geheilt? Welche Art? Kann der ja irgendwie... Aoe hin quasi? Beziehungsweise nicht Aoe, sondern direkt und das zwei Leute gleichzeitig, weil Rowan hatte auch dieses Symbol. Keine Ahnung. Ist Baiting die einzige Antwort? Dann wollen wir mal. Was gibt es hier denn schönes? Gar nichts! Wow, bin ich hereingegangen und hinten hereingegangen, nur für gar nichts. Also, im Prinzip nur fürs Glitzern. Halle, Baum. Auch wenn du eine Pflanze bist. Halle, Baum. Chill out, man. Chill out. Ich bin immer ein Schritt vor. Ich wollte schon... Hab überlegt. Machst du jetzt Raising Falcon? Dachte mir so, nee, wozu? Dann kommt einer und greift dich an. Du hättest mit dem Art ausweichen können. Das ist so cool. Not. Das reicht. Jetzt hat's funktioniert. Jetzt hat's funktioniert. Jetzt hat das Biest gemacht. Okay, da jetzt sehe ich noch eine Truhe. Und... Hm, noch ein Bann. Hier ist auch noch eine Truhe. Ja, ja, ich muss überall hin. Ich will nichts verpassen. So wie dieses Glitzer hier. Gehen wir einfach mal über die Brücke. Ja, einziger Weg. Und dort geht's dann auch runter. Oder auch nicht. Whatever. Wir werden unseren Weg schon finden. Pilzpulver? What? Die Beschreibung will ich jetzt mal lesen. Pilzpulver. Giftige Spore eines Pilzes. Ich glaub, die kennen wir schon. Gib Acht, dass du sie nicht inhalierst. Das würdest du bereuen. Na lecker. Davon haben wir auch sogar schon eins. Woher auch immer. Oh, keine Ahnung. Wenn's hier nicht weitergeht, dann muss ich mir mal überlegen, was weitergeht. Alle... Alle doch nicht auf Jude, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Warum geht der auf Jude? Das kann ich nicht verstehen. Von alle. Es reicht, wenn ich ein Fanboy habe. Spaß und so. Alter. Haben die sich gerade... Nee, kann doch nicht sein. So. Nimm das. Obwohl du eine Feuerschwech hast. Hat Leia gerade ein Objekt gestohlen? Oder was stand da bei Leias Bild und Objekt noch was? Gute Frage, gute Frage. Kampfpanzer! Wem gehört der Kampfpanzer? Ach, den hab ich schon. Dann hab ich ihn halt noch ein drittes Mal. Wir bekommen jetzt erst einen Kampfpanzer. Wow. Jetzt erst. I'm so proud. Mysteriöse Perle. Noch ein Sack. Ach, und jetzt kommen wir auf die andere Seite, oder wie darf ich das verstehen? Und noch mehr Riesenmuscheln. Noch richtig verstanden anscheinend. Und jetzt geht's hier lang. Hallo du. Flammenwerfer-Typi. Whatever. Warte, ich wollte doch nur... Lasst mich... Wir haben eine Wasserschläge. Das war ich nicht da. So, hier. Bitte. Alle. Weg. No, du warst natürlich nicht da drin. Okay. Okay, klar. Also gut. 1800 Geld. Das hilft mir echt. Ich brauch Geld. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier denn bitte weiter? Ey. Hallöle? Ah, hier. Okay. Springen. Springen. Sparringen. Oder war da oben noch was? Sieht nicht da noch aus. Hier können wir nicht weiter runter. Alter, warum sind die Bäume so groß? Ha, Flammenwerfer-Typi. So. Einmal so. Einmal Stahl benutzen. Einmal aus... Ausweichen. Ich weiß nicht, ob ich dann der andere trifft und ich trotzdem keinen Ausweichsschritt und so weiter bekomme. So. Sterbt. Au, Mann, oh, Mann. So, jetzt gibt's hier zwei Türen. Gibt es? Mein Gott. Egal. Das hier sieht schon mal wie eine gute Tür aus, die nicht weiterführt, aber es führt zu einem Kampf, der eine Achtung hat und unausweichlich ist. Ihr habt Winter-Element-Schwäche. Das will ich doch mal ausnutzen. Naja, Holungsring habe ich noch drin. Ach, egal. Ich lasse das mal so. So, das hat jetzt noch nicht mehr geklappt, aber was soll's. Was soll's. Oh, Level-Ups, schon wieder. Oh, Level-Ups, schon wieder. Hatten wir doch nicht am Anfang so... Oh, 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 der Part geht schon lange. Der Part geht schon lange. Was ist hier? Schmarrn-Kerl. Dafür sind wir hier reingegangen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Und werden weiter nach unten gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.